Hallo und herzlich willkommen Freunde zu einer neuen Folge Dirty Bomb und holy shit, hier wurde gerade die Map gezeigt, die ist ja riesig, die ist einfach nur riesig, okay, go to the objective, wir sind gerade wieder Heilerin, aber ich habe mir heute mal einen Charakter ausgewählt, halt hier kann man voll geil auf diese Rohren rumrennen, wie awesome ist das denn, halt ich, oh, alter stirb, oh, na, alter, okay, so ich zeige euch den jetzt mal, Skyhammer heißt der, Skyhammer, im wahrsten Sinne des Wortes, weil der hat eine Fähigkeit, die klingt OP, ist gar nicht so OP, aber die ist auf jeden Fall awesome, so, pass auf, deploy, wir müssen übrigens hier wieder, die sind Verteidiger und der Gegner muss, äh, das Fan-Control irgendwie übernehmen, was das genau ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber, komm, guck mit dir, also, ich weiß nicht, die Bewegung, na, okay, so, pass auf, Leute, da ist ein Toter, ich versuche mal zu retten, wie geht das, F, oh Gott, das dauert ewig, komm, steh auf, steh auf, da, da sind ganz viele Gegner, bam, jetzt, pass auf, Leute, was hier fliegt, ist ein Airstrike, bam, habt ihr das gesehen, Alter, ich habe keinen gekillt, aber es ist ein Airstrike, der Typ hat tatsächlich einen Airstrike als Fähigkeit, komm, wo ist der, alter, was ist das, unser Geschütz, alter, es ist, das Spiel ist so unfassbar, der Overload, am Anfang kommt es mir sofort, ich check gar nichts, also, man muss erst mal wirklich sich da reinfinden und irgendwann, versteht man so ein bisschen, was abgeht, warte mal, ich bin grad voll konzentriert, weil, die sind ja, glaub ich, alle, ah, nicht da runter, hoch mit dir, boah, warum hält der sich da nicht fest, okay, ich renne hier, renne da hoch, na, ha, du Lappen, ey, oh, ich nehme mich mit, das ist ein Witz, ja, okay, Schrotze ist natürlich auf die Distanz ziemlich geil, es ist, ich hatte schon ganz oft gesagt, irgendwie so ein bisschen wie COD, ähm, und Team Fortress, und irgendwie auch ein bisschen Counter-Strike, so ganz wenig, vom, vom Waffenfeeling, ja, wobei, ne, eher, ja, ne, 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 eigentlich nicht wirklich wie Counter-Strike, ich hab das mal gesagt, aber ich meinte damit eigentlich, dass die Waffen, halt hier, wenn man steht, kann man locker durchs Fadenkreuz ziehen, man braucht kein Kimme und Korn, und das, finde ich, ist bei CS ja irgendwie auch so, oder? Kann man das so sagen. So, du kriegst jetzt einen Airstrike, ab dem Wichser, vom Airstrike. Okay, da lebt gar keiner mehr, oder? Da bist du hinter mir! Äh, okay, ich mach nochmal mit dem Skyhammer, weil ich finde, Nada, oder wie auch immer die heißt, immer noch am geilsten, weil die einfach mit ihrem, mit ihrem geilen, äh, sich selbst in die Luft jagen, wenn man schon tot ist, äh, move einfach das hier gerade, das ist awesome. So, da liegen die, was ist das? Da liegen die Stücke vom Arm rum, ha, geil, ja, geil. Okay, move. Wir haben, wir müssen das verteidigen, Leute. So, go, warte mal, so. Äh, okay, geht's auch hoch, ich geh mal, ich folg dir einfach mal. Der Airstrike braucht eine Minute zum Reloaden, das dauert immer ein bisschen, aber dafür sei auch sehr stark. Wie geht's denn da lang? Das muss ich ja verteidigen, ne? Ich glaub, die haben schon die erste Stage geschafft, alter. Okay, das da, zwei Punkte, die jetzt zum Verteidigen sind, ich weiß nicht, was ist das? Okay. Das haben sie wahrscheinlich schon zerstört, deswegen nur noch das da hinten zu verteidigen, denke ich mal. Geh mal hier, das, komm! Alter, das ist ein Movement, ich sag's euch, das, im Brink war das deutlich geiler. Okay, so. Jetzt dann durchschlüpfen. Bin ich hier richtig? Ich weiß es nicht. Da ist auf jeden Fall irgendwas zum Verteidigen. Okay, das Access System muss verteidigt werden, aber die Gegner sind wahrscheinlich ganz woanders davon. Ich geh nochmal zurück. Wir wollen ja auch ein bisschen Kills abstauben. Go! Und ein Airstrike... Oh, warte. War da ein Toter? Da sind Schütze. Aber irgendwer... Viel Spaß am Airstrike, ihr Wichser. Hoffentlich erwischt ihr euch. Ist jemand, ne? Ja. Dann zeig's nochmal, du. Alter, macht der mir Schaden. Heilung, gib mir... Nimm mir Heilung. Ist das keine Heilung? Ich geh auch Heilung drauf. Komm, nimm es. Ich hab direkt noch einen Airstrike. Komm. Bam, Alter. Sitz mal da. Lol. Alter, mit den Ammo-Packs kann ich den Airstrike ja sowas von spammen. Das ist ja voll unfair. Oh, mit Spaß. Schau mal. Die Zeit ist eigentlich eine Minute. Wenn ich da irgendwie Ammo aufnehme... Alter. Ist es dann nur noch irgendwie 10 Sekunden oder 14 Sekunden? Oh, ich lebe wieder. Alter, ist das... Es ist so... Es ist so hektisch. Leck mich, jammert. Und die Franzosen sind alle am Start. Schau sie sich an. Je sais pas. Die Franzosen. Warum sind die so gut? Ach, die armen Franzosen sind immer gemobbt. Aber geh mir in die Schule auch schon auf. Nicht die Franzosen, aber... Immer dieses... Deutsch-Französische Freundschaft. Also, darf ich mir nicht selber aussuchen, mit wem ich befreundet bin? Naja. Anderes Thema. So, beweg dich mal. Ich hab meinen Airstrike, Alter. Nee. Ich drück jetzt irgendwie mit ins Gesicht. Es ist egal, wenn wir die Granate wirklich... Geht der hier überhaupt? Hier ist eine Decke. Schauen wir, ob es funktioniert. Oh, er landet das auf dem Dach. Ich glaub, das geht so nicht. Okay. Schaut mal. Jetzt ist er wieder. 5 Sekunden wieder... Alter. Oh! Da war eine Granate. Ah! Hilfe. Ich will weg. Ich will weg. Die kommen mir richtig nah ran. Alter, ich bleib jetzt einfach hier und verschanze mich. Das ist ein Witz! Long-Defense-Bonus. Wieder belebern. Okay. Hier ist ein Geschütz. Ich will auch so Geschütze aufstellen. Ich mag das. Ich liebe Geschütze. Okay. Verteidigung gibt XP. Das ist sehr schön. So, ich bleib jetzt einfach hier. Hier ist auch keine... Doch hier ist eine Decke. Okay. Ja. Eher das Verlieren setze ich auf jeden Fall an Airstrike hin. Alles andere. Hier Ammo, Ammo, Ammo. Für alle. Wo sind sie denn? Da! Da ist einer. Balle ihn weg. Drin sind so viele. Ich geh mal hin. Ich geh mal hin. Ich helf denen mal. Komm, Alter. Oh, diese Steuerung. Jetzt... Du wirst ja wieder hochkommen. Ey. Okay. Wie, der lebt noch. Ah. Das war aber nicht der, den ich gerade... Der war der... Der war tot, den ich gerade angeschossen hab. What the fuck? Ich nehm mal wieder... Vor allem jetzt, wo wir einen Airstrike nicht benutzen können, wieder hier. Die mit dem fetten Granatwerfer des Todes. Okay. Gibt's irgendeine Special... Ihr Wichser. Ihr Wichser. Der wird ja wohl... Ich hab die doch so getroffen. Macht der keinen Schaden? Oder... Geh auf dieses Rohr drauf. Folg denen da. Alter. Der Strike. Da sind sie alle. Ich halt das jetzt einfach da irgendwo rein. Geil. Ich spray das irgendwo hin. Da war einer mittendrin gestanden. Den hab ich nicht getroffen. Was wollen die mir erzählen? Ey. Ich steh hier scheiße. Ich weiß, ich steh hier scheiße. Ich weiß, ich steh hier scheiße. Ich weiß, ich weiß. Aber das ist ja... Deployen. Die... Die sind da dran. Die machen da irgendwas. Die hacken das oder... Whatever. Granatwerfer. Alter. Das ist hier... Okay. Schön die Außen rum. Komm von hinten von der Seite oder so. Ich smack die mal weg alle. Alter, es ist... Es ist so... So. Unfassbar Kautsch. Das Spiel. Das ist der Shit. Das ist der Shit. Ach. Geil. Ist das denn? Oh. Wir haben verkackt. Wir haben tatsächlich verkackt. Oh. Das Wasser sieht nicht so geil aus. Muss ich sagen. Das sieht... Naja. Okay. Okay. Wir haben verloren. War. Ich hab nicht viel gecheckt. Ne 311er KT spricht für sich. Und dann würde ich sagen. War es das erstmal wieder mit Dirty Bomb. Ähm. Ich glaub nicht, dass ich noch mehr Videos mache. Ich glaub das reicht jetzt erstmal für den Ersteindruck. Hat mich jetzt nicht geflasht. Ich find's aber... Es hat Potenzial. Es ist nicht schlecht oder so. Es sieht grafisch schön aus. Das Gameplay fühlt sich ganz gut an. Aber... Es fehlt noch irgendwie was. Irgendwas fehlt noch. Naja. Ich bin raus. Danke fürs Einschalten. Ciao. Vielen Dank.